Sehr viele E-Freunde und willkommen zu einer Runde Survival Games und so wieder diese Map. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer, immer diese Map. Wenn ich aufnehme. Ganz habe ich die eigentlich nie. Ich glaube erst einmal habe ich die, wo ich die nicht aufnehme. Jetzt war... Oh, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Ja, da hat er auch Sprung, das habe ich gesehen. Wie hat er die? Oh, das wollen wir nicht. Niemand hat einen Feuerbrot oder was gedacht. Oh, Mann. Okay. Also, ja, irgendwie hatte ich ihn, oder hatte ich ihn als VIP-Plus, ne, das ganz normale VIP-Links bekommen und irgendwie sind gerade unsere Sachen wieder mal weg. Naja. Ich werde es sehen, ich werde es sehen. Anton. Gut. Okay. Na, du bist so schön. Anton. Mal zwei. Hier ist eine Halbität. Ich glaube, das ist ja schön. Ich muss das ausstecken. Ich muss etwas ausstecken. Es ist für uns hier, warum bin ich durch unten? Ja gut, leid nie, aber... Boah, der macht los. Ah, der eine ist durch Feuer gelaufen. Oh, scheiße, jetzt brennen wir auch. Ja! Ja, toll. Da ist sicher etwas zu gucken, ne? Ja, super. Ja. So, muss ich gleich mein Kopfhörer wieder reinmachen. Ich spiele mit Kopfhörern, weil irgendwie in welcher Spieler halte ich die Hand ja über dem Mikrofon und... ...dann kann man das nicht ganz gut ausstehen. So... Oh, der sieht gut. Scheiße. Nein! Wie lange geht die Aufnahme? 3 Minuten. Das kann ich euch so nicht anbieten. Ich weiß nicht, was ich kenne noch. Ja, das ist... ...und eine Abende, weil mir hat ein sinnreiches Geschehen. Ein ganz, ganz großes Geschehen. Hm? Ich glaube, das hatten wir schon mal. 7, 5, 4, 3, 2, 1... ...und ja, ist dann ja... ...lieb zur Mitte, weil ich das irgendwie so finde. Da war nicht so, dass er... ...weil voll. Ja, leicht. Ich finde sie zählen. Mhm Gut. Ich glaube, das war nicht so... ...higtig... ...und ja... Da ist auch noch irgendwas zu tun. Wir sind hier am Galt irgendwo. So, sind das Kakteen. Ne Melonen sind das. Ja gut, geht auch. Aber... Da vorne ist einer. Komm den killen wir, den werden wir killen. Mit Eisenschuhe. Ja, können wir vielleicht brauchen. Ah, der wehrt sich auch nicht. Jeder von uns. Ah, der futtert. Der hat auch Futter dabei. Der hat uns geschlagen. Ein wunderschönen. Der wehrt sich. 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 Eigentlich nicht aufgehabt. Naja. Wir werden gleich mal dorthin hinstimmen. Hey. So. Mal sehen, ob es dort was gibt. Mit einem Setzling in der Hand. Yay. Hey. So. Wir sind Öko. Nein, nein. Obwohl, naja. Ja. Ich sag nicht nur. Ich müsste doch bestimmt irgendwo etwas sehen. So. Da war es irgendwie so tief. Oh nein, hier ist nichts. Wir werden Leben verlieren, oder? Eins. Zwei. 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 Wompen, wir werden Leben. WHAAAT? WHAAAT? Warum? Warum? Ich habe das hier nicht geplant. Ich habe das hier nicht geplant. Ich habe das hier nicht geplant. Meine Leute. Ich habe das hier nicht geplant. H handlar beiomasmak, lete. Wie geben deine Schulen nach hier. Ich mache das viel kurz delegierend. .